Einen wunderschönen. Da bin ich mal wieder euer Odin mit einem kleinen Infovideo. Ich werde auch gleich noch andere Videos machen, das werde ich euch jetzt gleich erklären. Erste zur Info, das Tattoo Video diesen Monat verschiebt sich auf August, wegen Terminüberschneidung und allem drum und dran. Ich komme jetzt gerade vom Tätowierer, wir haben das jetzt bequatscht. Morgen fahre ich noch mal hin und dann machen wir uns den Termin genauer aus. Er hat mir jetzt mal die Tage aufgeschrieben. Ich habe jetzt im Kalender geguckt und das wird dann Mitte August oder Anfang August sein. Das wird aber dann eine richtig lange Sitzung. Wir werden dann halt den Abend weitermachen. Zweitens, ich habe mir was geholt. Ich habe in Odin war Einkaufen Video gemacht. Da ist der Ton aber bescheuert und das werde ich gleich noch mal machen über so eine kleine Lampe und dann noch eine andere, die ich mir geholt habe. Den Grund werde ich euch in dem Video dann auch noch sagen, warum ich mir diese Lampe gerade geholt habe und warum ich mir die andere zusätzlich geholt habe, die ich eigentlich nicht beabsichtigt hatte mir zu holen. Aber war gut, dass ich sie mir geholt habe. Ich habe auch noch Spiele, wo ich noch Gameplay Reviews machen werde. Das wird auch in der nächsten Zeit kommen. Aber ich kann jetzt momentan nicht so, wie ich wohl Jana wollen würde. Erstmal wegen Ferienzeit und zweitens wegen Bluthochdruck. Ich habe Tabletten jetzt gekriegt gegen Bluthochdruck und jetzt muss ich mich da erstmal ein bisschen drauf einspielen. 16 Milligramm K noch irgendwas, keine Ahnung. Und ich hatte hier schon so eine Manschette dran. Hier sind noch die, das ist schon fast eine Woche her und ich habe immer noch blaue Flecke. Dann kann ich euch mal mein Ergebnis zeigen von meinem Messen. Ja, das ist jetzt praktisch von dieser Manschette und diese obere Linie, also diese obere Zickzack hier, das sollte eigentlich auf der Linie, also auf dieser Linie sein, etwas drunter, vielleicht maximal drüber. Und diese Linie, die sollte eigentlich zwischen diesen beiden Linien sein. Also, ja und Gesamtauswertung, Tagesauswertung, da habe ich gehabt, das höchste, was ich hatte, war 226 zu 195 und in der Nacht hatte ich das höchste 167 zu 97. Also, ganz schön hoch. Und da spiele ich mich jetzt gerade so ein bisschen auf die Tabletten ein. Also, bin jetzt dadurch ein bisschen ohne Power ein bisschen antriebslos, habe nicht so viel Kraft und bin da halt schnell, ja, bei mir der Bluthochdruck ja fehlt, weil der Körper hat sich drauf eingespielt und jetzt ist es halt auf einem normalen Level. Ich prüfe das auch, ich habe so ein, habe ich jetzt nicht hier so ein Ding für den Arm, wo ich dann halt tagsüber in unregelmäßigen Abständen überprüfen kann, wie mein Bluthochdruck ist, ob er okay ist. Und bis jetzt ist er echt im normalen Bereich, seit ich die Tabletten nehme. Und darauf muss ich mich jetzt erstmal ein bisschen einspielen, weil, fehlte. Ja, ist halt ein bisschen bescheuert zu erzählen oder zu beschreiben, aber der eine oder andere, der von euch vielleicht Bluthochdruck auch hat, der Tobi zum Beispiel, der kann nicht verstehen, der weiß das, wie das ist. Der nennt ja auch Bluthochdruckmittel. Da bitte ich ein bisschen Verständnis. Ich habe heute auch schon wieder ein Päckchen gehabt. Da werde ich jetzt auch die Tage ein Video zu machen. Da habe ich was richtig Geiles bekommen. Zeige ich euch mal. Das werde ich auch dann noch, wie gesagt, ein Unboxing, ein Hardware-Video werde ich machen. Und das Hardware-Video, Leute, es ist nur Hardware. Es ist mein erster Eindruck. Es ist nichts vorbereitet, nichts. Ich gucke mir einfach nur mein erster Eindruck davon an. Und danach, wenn ich es dann getestet habe, kommt der Hardware-Check, so wie mit dem Beamer. Den Beamer habe ich auch. Ich habe hier keine Leinwand, wo ich den Beamer vernünftig testen konnte. Ich habe jetzt einen Bettlaken genommen, was ich hier dann immer aufhänge und teste den gerade. Mein Bruder kriegt den auch noch zum Testen für ein Wochenende, wenn er nächstes Wochenende zu Hause ist. Und dann kommt der Hardware-Check. Dann kann ich euch viel mehr dazu sagen. Und Hardware ist immer der erste Eindruck. Also, sorry, aber ich will das halt nicht erst testen und dann ein Video machen. Ich möchte euch daran teilhaben. Deswegen meinen ersten Eindruck. Und deswegen ist das Video auch ein bisschen doof geworden, weil ich habe nichts, wo man das zeigen konnte. So, aber wie gesagt, jetzt habe ich dieses hier bekommen von Konsolen-Profis. Das ist ein Stick. Den kann man in die Playstation machen, in die Xbox, also Playstation 3, Playstation 4, Xbox One, Xbox 360. Und dann hat der da USB. Oder am PC geht es auch. Und dann kann man jeden Controller an jede Konsole machen. Zum Beispiel in Xbox 360-Controller an die Playstation, wenn man einen Xbox-Controller benutzen möchte. Oder wenn man, in meinem Fall zum Beispiel, wenn ich mir denn mal eine Xbox One hole und der Controller von der Xbox mit diesem oben, also der ist ja ein bisschen verschieden mit dem Steuerkreuz und so, ist ja nicht so meins, könnte ich meinen Playstation 4-Controller benutzen und damit die Xbox One-Spiele spielen. Oder am PC. Und ja, Konsolen-Tuner heißen die, genau. Entschuldigung. Nicht Konsolen-Profikonsolen. Konsolen-Tuner. Ich zeige euch mal das Logo von den Leuten. Das ist dieses. Die Seite werde ich natürlich auch unten drunter verlinken. Auch wenn ich das Video dazu mache, werde ich das verlinken. Das ist ein richtig klasse Teil. Ich bin richtig, richtig heiß drauf. So. Und hier haben sie mir dann halt nochmal reingeschickt. Acht auf meine URL. Ach so, die haben nochmal die E-Mail kopiert. Ja. Ich bin richtig heiß und freue mich, dass ich euch hier zeigen kann. So. Aber wie gesagt, ich werde jetzt hier erstmal Schluss machen. Das war jetzt auch nur ein kurzes Infovideo. Warum es hier jetzt so kein richtiges Unboxing gibt, weil, ja, ich habe einen Unboxing, also in Odin war einkaufen gemacht, wo ich alles auspacke. Und der Ton ist weg. Ich weiß nicht. Ich habe überprüft, der Ton war da. Beim Bearbeiten war der Ton weg. Also in der Kamera hat er mir angezeigt, dass Ton da ist, aber in der Aufzeichnung, äh, in der Nachbearbeitung war der Ton weg. Es war kein Ton da. Ich weiß es nicht, warum. Ich habe die Datei fünfmal mir wieder auf den Laptop geholt und überprüft. Es war nicht zu machen. Der Ton war weg. Deswegen mache ich ein nachträgliches Video. Und dann halt die Info, dass das Tattoo-Video sich verschiebt, ein bisschen was. Und, äh, ja. Wegen dem Bluthochdruck muss ich jetzt auch ein bisschen ruhiger treten. Äh, ja. Aber ich denke mal, dann wird sich das alles vernünftig einpegeln und dann habe ich auch ein bisschen mehr Kraft und bin nicht so schnell K.O. Weil meine Ärztin hat gesagt, meine Werte sind erschreckend. Da müssen wir dringend was dahin machen. Nicht, dass ich mit 50 mit einem Herzkasper umfalle und dann brauche ich mal. So. Das soll es jetzt aber auch soweit gewesen sein. Ich verabschiede mich. Ahoi. Das sagt euer Odin.